Das ist Jürgen Trittin. Er ist Bundestagsabgeordneter von den Grünen und war sogar mal Bundesumweltminister. Herr Trittin, bitte beenden Sie den Satz. Ein Umweltminister muss heutzutage charmant und kämpferisch sein. Mein Durchschnittstempo auf der Autobahn ist Ich bin ganz selten auf der Autobahn. Ich weiß es nicht. Ich habe auch gar keinen Führerschein. Oha. Christian Lindner, rate ich dazu Die Realität anzuerkennen und sich von synthetischen Kraftstoffen zu verabschieden. Minister Dosenpfand nennen mich heute nur noch Die meisten nennen mich DJ Dosenpfand. Im Gegensatz zu Greta Thunberg fehlen mir Zöpfe Wissenschaft sollte in der Politik Ernst genommen werden. Die größte Herausforderung beim Klimawandel ist Machen ist wie wollen, nur krasser. Die größte Herausforderung beim Klimawandel